Jetzt hört euch die Geschichte an. Ich habe mit meiner Booking-Firma geredet. Wir haben die letzten Termine finalisiert für die Tour, Deadman Walking Tour, die auch dieses Jahr stattfinden wird. Und jetzt sind wir im Cassiopeia Club in Berlin. Okay? Wollten wir eigentlich spielen. Und jetzt sagt mir der Cassiopeia Club, der Cassiopeia Club Berlin, sagt mir, nein, Manuelsen unterstützt deutschlandweit bekannte Neonazis. Wir wollen dem keine Plattform geben. Wir wollen dem nicht unseren Laden zur Verfügung stellen. Guck mal, also, guck mal, erstens... Für unsere Leute bist du Habibis-Deben. Ja, für uns, du bist Habibis-Deben. Du bist Habibis-Deben. Ich werde mittlerweile sehr oft mit diesem Namen angesprochen, muss ich sagen. Ja, siehst du? Siehst du? Weil du bist Habibis-Deben.